Nun, dann bin ich wieder zurück. Ähm... Ich will jetzt noch einmal schnell in die Galerie. Meine Bibliothek. Da hab ich Torloon. Ich würde sie eigentlich gerne... Weiß nicht, wieso das kommt, aber ja, ist okay. Ich mach keinen neuen Haushalt, aber... Ich will einen Haushalt, den ich gemacht hab. Nimm ich Torloon. Ersetzen, ja... Will ich nämlich... Ähm, schnell nochmal lesen. Bei ihm hab ich Wissen gemacht. Und zwar... Unimäßig. Dieser Sinn möchte an der Universität nur einen Job vor allem, aber lernen. Dieser Sinn möchte sowohl belesen, auch alles geschickt sein. Wenn es so ist, dieser Sinn möchte in vielen Dingen gleichzeitig begabt sein. Ähm... Tatsächlich ist es einfach nur... Wissen. Die beide bestreben. Ich würde jetzt bei ihm die Uni lassen. Bei ihr hat ich... nicht sowohl belesen, auch geschickt sein. Ähm... Eigentlich würde ich bei ihr auch gleich... gerne Akademikerin machen. Nicht nerdieren. Naja... Obwohl, es... Es passt schon mehr... zu ihr. Dass sie, äh... belesen und geschickt sein will. Nicht einfach nur lernen. Bei Moira ist es ja so... Sie findet Sachen heraus und... ist erst dann damit zufrieden, wenn sie... auch was hat. Davon. Wenn es funktioniert. Die ist Hackerin. Weiß jeder. Äh... Doom. Es sieht einfach so... aus. Hab ich dem Sandalen gegeben? Ah, okay. Er darf Sandalen haben. Ist okay. So gut. Aber gut. Dann hab ich eigentlich nichts geändert. Dann... verlasse ich das mal. Geh zum Willow Creek. Und... will ein... Haushalt... einziehen lassen. Da das nicht zahlen muss. und gehen das nochmal... in die Galerie. Und Tano nehmen. In der Welt platzieren. So will ich es wieder einziehen lassen. Hä? Hä? Achso. Ähm... Ah Gott. Wie ging das? Ja, hallo. Da. Ich nochmal. Hehe. Ich muss es entschieden. Weil das, äh... Haus von Torlund... wäre da viel zu... äh... toll gewesen. Ich will jetzt, dass sie da hinein können. Möbeliert. Hm. Viel Spaß. Dafür müsste ich erstmal ein Video schauen. Ja. Und gleich mache ich jetzt den Cheat wieder aus. Ich kann das zwar schon nur von früher, aber ich wusste nicht mehr, was man schreiben muss. Okay, und jetzt äh... Halt, stopp. Ihr bleibt schön in Pause, ja? Ja. Das ist super. Free... Real... Intent. Oh. Dankeschön. Und ähm... Testing... Cheat... Off. Gut. Das heißt, ich kann jetzt nicht mal cheaten. Ja. Hm. 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 Dann... 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 Oh mein Gott. Oh, sie sind hier! Sie sind hier! Alle sind hier! Wow! 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 Ich hab gar keinen Briefkasten, oder? Ich hab ein bisschen den Kasten vergessen. Nein! Upsila! Upsi! Brief... ... Kasten... Kasten... Kasten? Kasten? Entschuldigung... Ich hab Briefkasten vergessen... Upsala! Woher muss ja noch äh... die Post aufersteckt? hinkommen das war wohl dann wohl das erste zweck auf dann nicht ein gut cool ist aber nicht noch im modus oder einfach irgendwie schon wenig ich weiß nicht stellt euch doch allemal vor du sagen wo bist du da sagen über örtliche angelplätze riefer beleidigen ja über kalte temperatur reden sie fühlt das sowieso nicht wieder fühlt das sowieso nicht kann man nicht mal sagen hallo guten tag miteinander über interessen reden ok na dann interessen reden kennenlernen anbrüllen ja das braucht interessen reden so dann hat man viel spaß lustig ja gehen wir was was halt stop was denn das jetzt soll der scheiß da kommt sowieso nicht dahin den gab es einfach automatisch oder weil er jetzt überhaupt gegen dir mal lebt okay geht weiter was sind denn alle anderen denn jetzt kommst du auch in die runde komm schon reden jetzt alle miteinander hier ja genau was kinder Ich so riebe nur über Kinder. Und Schokolade. Oh, jetzt kommt Sigma. Und auch nicht. Ham. Ah, okay. Also. Das erste, das hier jeder macht. Ich schau euch jetzt mal an, was ihr braucht eigentlich. Hunger. Hunger. Ihr habt alle Hunger. Toll. Okay. Guck mal. Doomfest. Ich sag, Tür abschließen. Für. Jeder außer Butler. Jeder außer Angestellte. Was? Jeder außer Arkade? Arkande? Was? Okay. Sombra. Tür abschließen. Jeder außer... Angestellte. Zu weisen an... Ihr. Das ist ihr Bett. Dann... zu weisen... zu weisen... Akande. Achso. Achso, er heißt Akande. Entschuldigung. Entschuldigung. Dann... Moment. Das geht doch gar nicht. Ich hab schon... Äh, ich hab sie. Alles gut. Die abschließen. Für. Jeder außer Angestellte. Das ist... eine Seite. So. Dann gehen wir nach oben. Dann ist hier Widow-Schlauchte. Jeder außer Angestellte. Meine Seite. Und... Bei euch ist das jetzt... jede Mitglieder zugestatten für... Ah. Geht das jetzt nicht? Bestimmt müssen öffnen. Nein. Nein. Okay, dann geht's andersherum. Verräter frei. Die anderen nicht. Gut. Gut. Die linke Seite. Die ist... Ähm... 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 Keine Ahnung. Heißt nicht. Die linke Seite ist mir. So. Dann... Mach das mal. Die Comedy-Fähigkeit erreicht. Okay. Das ist jetzt alles schon gemacht, oder wie? Halt. Stopp. Äh... Kann er... Arbeit, Haushalt, Unterhaltung. Ähm... Ich bin... Job suchen dann auch schon. Irgendwann mal. Bald. Ich will einen Service engagieren. Und zwar... Eine regelmäßige... Putzhilfe. Und... Gibt es einen regelmäßigen Koch? Ansonsten muss sich jemand kochen lernen. Pizzaservice. Pizzaservice. Regelmäßige Pizzaservice. Das wär doch was. Kind... Na. Du brauchst einen Massagetisch, um diesen Dienst in Anspruch zu nehmen. Vielleicht. Irgendwann mal. Kinderservice. Nö, du. Okay, dann ist es gut so. Ähm... Ein Moment. Irgendwer ist nämlich schon... Äh... Ah ja. Der schon ist. Fuss. Sehr klar. Okay. Ähm... Die Mom muss kochen lernen. Hm. Wer wird das wohl bleiben? Ja. Ach komm. Ich sitze hier halt von... von Herd. Ich möchte übrigens, äh... Diese Ansicht... Dankeschön. Ah, Ali. Du musst kochen. Du musst Abendessen servieren. Und zwar machst du... Macaroni mit Käse. Ah, jeder hat Hunger. Und jeder will irgendwas. Und blablablub. Und er... Er will ja... Startfeind Nummer 1 werden. Der braucht sogar auch, äh... Rheismatisches irgendwas. Das ist ja gut. Oh, Moment mal habe ich hier gar keinen Boden hingemacht. Ah, egal. Sieht gut aus so. Sieht gut aus. Ähm... Nicht gemocht werden. Von zwei Sims nicht gemocht werden. Dann muss ich mal mit Sim... Ich nehme eigentlich bald mal gleich... Selbstmotivieren, debattieren, üben, reden, üben. Zehn gemeine oder schildmöschige Interaktionen anwenden. Okay. Dann hat er wahrscheinlich das gleiche. Kann er auch mal reden, üben. Dann müsste ich eigentlich mit beiden... ... in die Stadt gehen und dann irgendwelche komischen Leute anschreien. Jetzt haben wir 5 Stunden Programmieren geübt. Ja, dann kann ich das mal anfangen. Äh... Sicherheitseinstauung. Aaaaah... Und Biergeheimnisse. Mehr. Beständung. Jetzt Programmieren üben. 5 Stunden gespielt. Ja, ich glaube jetzt auch nicht. Forschen, debattieren, erreichen. An Uni einschreiben. Er hat sich was genommen. Erbsen essen. Gut debattieren, üben. Kann man ja hier oben. Könnte sich eigentlich gleich auch in die Uni einschreiben. Nehmen an, die müssen dann auch irgendwie Hausaufgaben oder sowas machen. Fähigkeitenunterricht? Nein. Was ist denn das mit der Uni? Hab das doch vorhin gelösen. Okay. Bei ihm stand doch Uni. Oder nicht? Geht das gar nicht mehr, weil er eigentlich zu alt ist. Verwende den Computer oder den Briefkasten, um dich in deine Universität anzuschreiben. Okay. Dann soll er das mal tun. Universität. An Universität. Ähm. Universität. Foxbury. Universität. Universität. Versteht. Pendien Frühjahr Schulberater bei E-Man um Rad vor. Fok, Racket, mehr weh. Okay. Sehr viel Zeug hier. Okay. Äh. logik fähigkeit will sie machen gut dann geht sie mal lesen das spiel warum ist das denn so amelie ist ein kochen die macht das super hat den band entdeckt feuer jess gut gemacht amelie ok vielleicht sollte ich eurer kochen lassen und du machst yoga oder sowas feuer gelöscht und sicherheit bringen ach leute seid ihr alle angespannt das mutige löschen eines brandes kann das selbstbewusstsein erheblich steigern das ist toll hauptsache sie kocht jetzt einfach sie wird jetzt kochen lernen sie macht das jetzt so komm schon sind alle gleich aufgeschreckt nur weil ah nein wir müssen kochen achja der tannenhaushalt hat das versicherungszahlen versicherungszahlen nur für die objekte die beide kürzlich schon ja cool ja ich hab die geld bekommen ich wollte schnell meine kamera nehmen und ziehe da nach hinten das jetzt gerade super funktioniert hat achso ich denke vielleicht wollt ihr sehen was da für bedürfnisse sind nicht wahr geh hier wieder rein alles wieder gut amelie ja ich weiß du hast hunger ist der auch kaputt die verletzungsfähigkeit was was hat jeder abgebrochen was er haben wollte oder spielen du wolltest debattieren oder sowas nein du wolltest erst mal universität ganz viele universitäten die wässe so die können jetzt auch warum die die das sollte jetzt eigentlich nicht essen dass rein das und da reden los geht rieben du kannst das wir glauben alle an dich schaut doch hin was du tust das muss ich wiederkommen Mwah. Unglaublich. Na, das hat immer geschühen. Na, was gab's? Oh, was? Faxbury Institute. Faxbury Institute. Da steht's. Die als Elite-Universität eingestufte Faxbury Institute befindet sich auf einem modernen Campuskalender. Es verfügt über eindrucksvolle Gebäude und blickt auf eine große Schar ehemaliger zurück, die als Innovationsführer auf ihrem jeweiligen Gebiet Karriere gemacht haben. Die Universität ist immer auf der Suche einer Studenten, die sich wagen, große Träume zu haben. Teamgeister Intelligenzbesten Botgelehrte. Botgelehrte, okay. Abschlüsse. Kunstgeschichte, Kommunikation, Konfurt, Theaterwissenschaft, Bildende Künstegeschichte, Literatur und Sprache, Spezialabschlüsse, Biologie, Computerwissenschaft, Wirtschaft, Physik, Psychologie und Kaunerei. Kauderei. Wie jetzt? Kauderei. Okay. Eigentlich könnte ich alle in die Uni bringen, aber dann habe ich ja keine Einkünfte. Ja, euch geht es jetzt wieder gut, ne? Universität von Brightchester. Wir sind in den Vorlesungsgeländen der Universität. Von Brightchester blicken auf eine Jahrtausendalte Geschichte zurück von königlicher bis unbekannter Wurt. Von königlich bis unbekannt wurden hier alle Arten von Studenten unterrichtet. Die Universität ist stolz darauf, sowohl Wissen als auch Moral zu vermitteln, damit sich die Studenten zu vielseitig und vielseitig und aufrechten Teams entwickeln, die bereit sind, in der Weltrandzahl hinauszuziehen und etwas zu verändern. Biologie, Computerwissenschaft, Wirtschaft, Physik, Psychologie, Kaunerei. Sie werden zu guten Leuten, aber haben Kaunerei in der Abschlüsse. Okay. Spezialabschlüsse. Kunstgeschichte, Kommunikation, Kochkunst, Theaterwissenschaft, Bildung, Kunstgeschichte, Literatur und Sprache. Also eigentlich müsste ich hier hin. Und Brightchester. Brightchester Puffy Kusse. Und Gesellschaft Debattiergilde. Alright. Kommen jetzt hoffentlich alle, warte mal. Nochmal. Komm, iss jeden. Sowas. Kommt essen. Ist gerade glücklich, aber ich will, dass sie essen können. Kommt essen. Ich denke nur an mich. Ich bin toll. Ich bin euer Chef. Naja, wir wissen. Nächstes Mal geh ich mit dem Leiter zur Arbeit. Na. Ja. Das Essen ist gut. Essen. Oh. Amelie geht schon wieder. Amelie, wo gehst du hin? Was ist das denn? Amelie, Profischauspielerin. Zwei Stunden Schauspielerin üben. Alles klar. Hatte sie zu Schauspielern gemacht. Warum ist sie angespannt? Okay. Amelie, Yoga üben. Amelie, Yoga. Dann. Also warte mal, das kannst du ja da bei dir. Hm. Ähm. Kannst du ja Schambath nehmen. Und den kannst du zuspielen. Was ist denn los? Hä? Kannst du nicht hier hingehen? Schon spielerin. Kannst du nicht hinwieden? KI ist ein guter Wahlbewerber. Unser Agenten freuen sich darauf, dir deine unproduktive Zeit mit Arbeit zu versüßen. Unser Team hat viele Statisten in der Welt. Winkel auf Nauten. Wir werden eine Arbeit für dich finden. Egal wie klein die Rolle ist. Tägliche Statisten Münchler in der Videon. Okay. Äh. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe genau einmal mit einem Sim die Schauspieler, die wir uns gespielt. Ich weiß gar nicht mal was genommen hat. Ich nehme jetzt mal das da. Kann ich da jetzt Yoga üben gehen oder nicht? Abschließen. Jeder außer Angestellt. Und mich. Das sollte ja so gehen eigentlich. Wie kommen da jetzt Leute hin zu mir? Nein, hoffentlich nicht. Also viel Spaß du. Und set. Ich muss ja auch gar nichts machen. Das ist ja toll. Ha 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 ha. Ähm. Sagen wir über die Rissen. Zu beendern ziehen. Zu beendern ziehen. Kennenlernen. Sagen. 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 Wo geht der jetzt hin? Wo gehst du hin? Sagen. Sagen. Sie hat einen Anruf. Was für einen Anruf? Sieben Name. Aber. Dir fehlt das grundlegende Wissen, wie du ein professionelles Sauspieler wirst. Du musst zuerst zu Castings gehen, um zu beweisen, dass du ein echter Profi bist. Wenn du erfolgreich bist, finden später in der Woche Dreharbeiten im Studio statt. Dafür wirst du bezahlt. Sieh am Telefon oder über die Vorsprecher-Button. Der Karin leistet nach verfügbaren Castings. Okay. Cowboy. Wieso? Charisma. Komm. Was ist da? Ähm. Du. Pass mal auf. Mit dem. Ähm. Tust Charisma üben. In dem Fall. Und gehst dann schlafen. Was macht der denn? Er ist verspielt. Er geht schlafen. Okay. Es sollte eigentlich auch schlafen gehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob die schon in einem Bett schlafen können. Weil. Mit Gabriel plaudern. Äh. What? Okay. Das tut ihr also. Okay. Das ist Sombra. Gabriel. Kuss. Why not? Also noch angespannt. Sie ist konzentriert. Interessant. Ich muss doch mal schnell. Was tun? Nein. Nein. Kann ich auch noch. Ja. Okay. Na dann. viel Spaß noch. Obwohl du schlafen gehen willst. Ähm. Kannst du vielleicht auch noch mal schnell schauen? Was gibt es denn? Was gibt es denn? Dass du einen Job suchst und dann schlafen gehst. Du musst halt zu deinem eigenen Ding. Schau mal. Und auch einen Job suchen. Und dann kannst du schlafen. Da fühlt sich extrem selbstsicher und genau das wollte ich eben nicht. Der muss nicht hier rein. Dann. Typ hat ihren Bart. So. Okay. Ich glaube ich weiß was das Problem ist. Todgestatten für. Nein. Kann da. Fyuuuus. Fyuuus. Fyuuus. Fyuuuus. Fyuuus. 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 Die zweite ist die einzige Tür, die so funktionieren sollte. So. Wir schlafen. Erstmal Klo und dann schlafen. Funktioniert es nun? Ja. Äh, Sombra. Sombra will definitiv nicht Ärzten werden, die will... Oh Gott, wo war der Hacker? Technik-Guru? Ja, dann ist Technik-Guru. Das ist Gabriel, Gabriel. Ja. Verbrecher werden. Ja. So, Tür abschließen. Jeder aus Angestellten gestatten für... Ich die zwei. So, Sibron. Und Moira. Das war genau das, was ich dachte. So. Mh, bin die sich aber noch nicht so kennen, dann haben die Probleme zum Schlafen können. Na ja, dann schlafen wir eben hier und... Dann, dann, ja. Muss ich da so zoomen? Das geht dann auch nicht aus. Blüht. Der schläft? Nein. Der bleibt doch stehen. Und warum? Verwenden. Und schlafen. Oh, nee. Ups. Sieht man sollte über seine weiteren Ausbildungen nachdenken. Ich habe das Button drückt. Und seine Optionen. Oh, nee. Oh, nee. Die ist noch mal üben. Geh doch schnell aufs Klo und dann gehst du schlafen. Nächsten Morgen kannst du wieder kreis mal üben. Ähm. Am Dienstag. Okay. Bei ihr habe ich noch Zeit. Sie hat noch keinen Job. Wird sie das morgens dann machen können? Ja, sie können halt im gleichen Zimmer schlafen. Aber nicht so hoch, wie ich dachte. Nö. Zuru. Da da. Zuru. 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 Oder was hat sie? Videospiel spielen. Okay. Dann muss sie halt spielen. Zuru. 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 er hat auch eigentlich das gleiche ach so, ja blöd so, würde er sich denn jetzt mal tut gestecken für Gable könntest du bitte mal kommen und schlafen jetzt aber zack ich so, er wacht jetzt wohl als erst wieder auf wir wetten entgegen das ist Sombra, weil sie dringend ist auf Globus passt wer wird das zweite sein? ich weiß nicht er muss auch mal auf Globus wenden danach kann er so ist vielleicht in Uni er kann debattieren und diskutieren was ok diskutieren nun das ist das ist das ist das ist die Bindung bewerben und Sombra, los! Mit dich rein! Unterkann sie frei, Dienstag, Mittwoch, Donut. Sombra, was ist getan? Ah, die Wuch! Das brennt! Amelie hat gekauft! Nein, Amelie ist okay. Nein, da hast du Essen. Ist noch gut, ist noch gut. Leute, wenn ihr Hunger habt, Reste essen. Reste nehmen. Soll dann auch Reste nehmen. Ich müsste dann auch mal schnell. Rutsch auf die Klo. Okay, jetzt schon. Wissenschaftlerin oder Ärztin? Naja, sie ist Ärztin. Jetzt haben wir die böse Ärztin. Ihm aktiv am Arbeitstag des Arztes im Ankenhausteil. Ja. Kannst du mal kurz warten, oder? Richtig. Ich bin mal angespannt deswegen. Wow. Gedankenkunst. Was? Ich weiß nicht, wo du hingehst. Aber das solltest du nicht. Du musst hier arbeiten. Heute muss hier auch schon arbeiten gehen. Oh nein. Dann geh mal schnell duschen. Klicken. Dann schnell essen. Und dann so fröhlich. Das hat er schon wieder. Knutzenohle. Sag mal. Was ist? Sag mal. Sag mal. Sag mal. Ich vergesse eigentlich. Alles klar. Dann öh. Ähm. Was sind schon mega viel? Ach, ist auch schon wieder im Rhin. Natürlich. Oh, ähm. Kaori, für ihn. Natürlich auch ein Böser. Böser. Nicht Verbrecher. Schaut sich die Wälder an und ist glücklich. So schön. So einfach kann das sein. Dann kann er Reste nehmen. Weil die Reste gut sind. So, was braucht er denn? Schemische Interaktion nicht begonnen. Ja, ich, äh. Gibt es irgendwelche Opfer hier draußen? Eh, was? Wartet. Okay. Grob vorstellen. Du bist jetzt unser Opfer. Cool. Du bist fertig, dann kannst du mal gehen. Bewerben. Tid bewerben. Simpsons Winner Creek. Und könnte ich... Es ist nicht für Erwachsene. Das sind die Ohren. Ich bin ja ein junger Erwachsene. Mit den Leuten. Ja, übrigens. Mach's altern. Nein, gut. Ich weiß, du musst trinken jetzt auf den Klo. Das ist klein, ganz weißer. Reste nehmen. Könnte ich ja... Ein bisschen... die Rieden... oder so... Einigen... Einigen... Jo, jo du du du. Ähm... Ambrud. Moment mal schnell. Schrecken. Hallo. Jetzt... jetzt geht's los. Ein... Anbrüllen... Und äh... Anbrüllen... Nein, ich wegge... Ich wegge... Halt... Halt... Schlechte Nachrichten. Trost... 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 Ich nachher auch mit... Oh... Schlechte Nachrichten. Äh... Und... Unfug... Auch ein Joker... Gemein... Spotten... Ein... Getränkwerfen... Ein... Unbehaftlich... Unbehaftlich... Bedien... Ah... Wo kann ich mich nur verstecken? Das war eine unangenehme Unterhaltung. Ist doch egal. Toll... Ein bisschen kühl... Ah ja, er kommt jetzt... Okay... Spotten... Unstachen... Aufblitzen lassen... Du bist unser Opfer... Leiding... Am Brüllen... Fischspezisch... Schwarzer Pack... Was? Ist er jetzt Fischen gegangen? Oh... Oh... Ah... Dankeschön... Hatschen... Ja... Toll... Äh... Kannst du die kennenlernen... Die die kühlen... Die hat abgeschlossen mit Spielen... Dann kann die eigentlich auch programmieren gehen... Was machst du da, hä? Hast du wieder Spaß, hä? Das geht gar nicht... Leitgetränk... Jo... Was bist'n du? Halt, stopp! Was? Ein Weltstar... Ich weine... Der Gebel ist böse... Und ihm geht's gut... Also ja... Er muss essen... Mal... Mal essen... Oh nö... Oh nö... Oh nö... Amelie... Amelie... Du musst kochen... Ah... Du musst ins Frühstück servieren... Sofort! So, wie läuft's bei euch? Warum nicht? Mal reißte... Gehreckt... Oh, was sind das für'n Engelchen? Oh Gott... Was ist das für'n ein? Aber ich kann nicht... Ich kann nicht... Und wir können nicht... Zwei... Wer warte auf… Das ist das für's jetzt... Aber wo kann ich fragen, obwohl sie erst morgen ist? Sie okay gesessen? Nein! Warte auf. Set dich einfach hin. Du auch. Warte jetzt einfach, bis sie fertig ist. Wir kommen in der Nachbarschaft. Wir kommen in der Nachbarschaft. Ha! Ditto, bald fertig. Jetzt ist sie fertig. Das war's für heute. Stochen, am Brüllen. Er ist nicht programmiert. Ah, ja. Nee, wie zins. Vertrießlich Gespräch. 50% Wer ist denn da? Warum ziehst du dich nicht an? Outfits. Kleidung aus. Genau. Und deine Alltagskleidung. Für jetzt Winter. Ziehst du die nicht an? Was ist denn die? Aha, Cinco Cat. Ohohoho. Flipp. Nööö. Schöckn. Schöckn. Sichbleiben. Mh, Guck gegen Böse. Gut und Böse sind's niemals einer Meinung. Der Kampf wütet weiter. Oh, es wütend. Weil's hier anscheinend gut ist. Ey, wo geht's hin? Ich hab sie nicht herangeboten. Gebeten. Was soll das? Äh... Verleidigung. Gemein. Trink werfen. Einfach noch. Okay. Und Böse. Und Zucker. Muss man echt viel machen. Hm. Ah, da war andere. Hm? Äh, muss ich nicht... arbeiten gehen? Hä? Hä? Ist doch jetzt... Nein! War das extra? Hä? Hä? Habe ich jetzt einfach, weil ich mich erst heute angemeldet hab, bin ich jetzt heute noch frei oder wie? Ah! Hast du die Option, ihn zur Arbeit zu begleiten? Und dann... Okay. Habe ich das weggekippt? Hä? 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Äh, reden. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Kann man... wann eigentlich? Du bist blöd? Äh... Bin ganz cool... Du bist blöd. Wendelgannn, blz. Ah yeah, das ist lustig. B0rlndin... B0r3. Boah, wie lang hielt das noch? Das ist blöd!